So Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Legend of Zelda The Wind Waker heute nicht mit Eifert, sondern diesmal ist der gute The Free Jasser, Alex, dabei Genau, hier bin ich und jetzt darf der hier mir so ein bisschen kommentieren, während wir hier die Seekarte vervollständigen Das hat auch mal gemacht, das ist, ja also ich krieg's ja immer alles weg, ne, aber Ich will die Fische geben ja nichts, keinen interessanten Tipps jetzt Doch manchmal geben sie dir recht lustige, interessante Infos Ich hab ja schon nachgesehen, was so alles zu 100% gehört, so halbwegs weiß ich das Stopp, das wird dann noch witzig hier bei den Teilen da, wo ich dann alle töten muss Hallo, ich hab hier Seekarte und so Das muss ich dann wohl nicht erkunden, würde ich mal sagen Das ist 5, gibt's auch 6 noch? So, dann sagt man Seekarte mehr Ja, 6 Augenriff gibt's meine ich auch noch 5 Augenriff Dann ist es nämlich alle Augen des Würfels Ist denn das so? Ähm, ja So, ich ändere mal die Windrichtung, wir haben nämlich jetzt 2 Reihen der Seekarte fertig Äh, Violetta, cool Den Tintenfisch kann man aber mit Wow, ich hab Essen verbraucht Ja, also ich hab gesagt, ne Ja Fisch Hier Essen Yeah Na, ich hab hier genug Rubine aus dem Grund Und es kommen ja noch ein paar Dungeons Bis zu dem, wo ich dann extrem viel Geld brauche Delfin oder Hai, keine Ahnung Oh, wo ist schon mal von einem Wirbelsturm durch die Luft geweht Ja, wurde ich Das was soll für mich Ja, danke Panner Und da verpisst ich Genau, nichts, was passiert Boom, soll ich komm mal, ich guckte die Schiffe an Wow Wow Toll Das hab ich mal genau 5 Minuten lang gemacht, davon ist nur noch Spaß, also Boom Boom Ah Okay, wohin wir bist du mich Ist das schlimm? Ist das schlimm? Wo bin ich? Bla 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 Es ist überhaupt nicht schlimm Er hat mir ein bisschen Weg erspart Das finde ich gerade von Ihnen etwas nett Etwas nett Er hat mir ein bisschen Weg erspart Ja, Link, da war ein Fisch, ne? Wir sind auf der Suche nach Fischen Du könntest auch stehen bleiben und ihm Futter geben Weil jetzt ist er nicht mehr da Hä? Hat sich der Fisch gerade... Ne, da ist er Fisch Fisch Ich komme Hier Hey Jungchen Ich zeichne dir Seekarte ein und so Und du zeichnest mir Seekarte dafür ein Das ist die Tingle Insel Cool Okay, jetzt müssen wir zwar wieder nach unten Das ist dann hier lang Das ist dann hier lang Das ist dann hier lang Jetzt muss ich Ihnen nur noch das Futter geben Hier Nimm das Schmeckt gut Und du zeichnest mir Seekarte dafür ein Das schmeckt wie Dosenfutter Hm, hab ich gehabt So, jetzt hab ich jetzt scheiß Mockmock Damit wäre der erste Part vorbei Naja, noch nicht ganz Das ist dann eins Blablablablabla und so Ja Dann Funden Ja Hier Futter Mach mal Futter bei die Fische So, dann hätten wir jetzt drei Und hier habe ich sogar schon ein Herzteil gefunden bei der Insel, oder? Oder gibt es hier eins? Ich verstehe grad nicht die Beschreibung Ja gut, bis die Tage Die ist sehr schwer Was muss ich da machen? Genau Da musst du beim Dekobaum musst du dir Wasser holen Aber das vergeht nach einer Zeit wieder So, dann ist es wieder weg Und dann musst du zu ganz vielen Bäumen hin und musst die Albe wässern Und ansonsten Keine Ahnung, sonst passiert der Frau einen Scheiß Und ansonsten ist halt das Wasser weg und Oh komm Das war's Ja Eigentlich schon Ja, komm Drei sind hinter mir, ja klar Ja, komm Die ersten Keine Ahnung wieviel Parts sind Das kann sein, aber du hast gespoilert Wenn das richtig war Jetzt musst du dich selbst rausnehmen Karten und Herzteile Das ist mir das wichtigste bei 100% waren Und die SD-Karte komplett Nee, ich schaff's eh nicht Ich hab bei ähh Ich hab bei ähh SunShine dort auch geschafft alle blauen Münzen Und das schon zum zweiten Mal Wo er mich diesmal hinbringt Jetzt war ich kurz vor dem beschissenen Diamant Aber da vorne ist ein Fisch Und die Seekarte habe ich noch nicht eingezeichnet aus dem Grund Ich bin Paperzock total nett Da war die Einzelnen Verraten dass man da jeden einzelnen beschissenen Typ in den Spielen fotografieren muss Das werde ich im Letztplay auf jeden Fall nicht machen Wie war ich denn das schon gestern noch? Schlecht Was ich? Stimme zu Fertal Super 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 Check Super Mal gucken ob ich, ob ich auf der Insel irgendwas erreichen kann schon Dann Ja und der sagt mir jetzt wo ich hier hin muss, um Und am Ende bekomme ich dann so ein Bild vom Fisch, wie der so total fett ist und Sohne Das ist ja mein anderer Oder sie sehen da will ich mal gleich aus dem Grund Ja, das sind halt Geschwister Wie bei Pokémon Ja Das hast du gut erkannt Kann sein Ich bin das gerade auf eine Insel gegangen Kann sein, dass die jetzt abgehauen sind Das ist ja eine komische Insel Ach und den hier kann ich irgends und gar nichts Kann ich den hier Ich kann doch hier irgendwas wegschieben, oder? Ja, die, 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 die es wundert mich auch gerade also sieht dadurch aus dass ich hier irgendwas ziehen kann hier ja den hier kann ich ziehen aber auch nicht weiter oder kannst du drauf gehen ja okay klettern liegt super spitze so seit maja hier komme ich da die kürzen drücken ja auch kommen doch die haie sind glaube ich noch da dass die musik näher aber es wird dunkel wenn ich ins Wasser gehen statt Zeichen für böse Fichte das weiß ich nicht ich glaube du kennst dich von allen am meisten aus so und dann hat er sich das Spiel aber auch vor das vorjahren schon so nie zu hunden wirklich fertig gehabt also ich hätte immer keinem es mehr so ist ganz aber darauf aber ich kenne mich betreten aus das unterscheide mich vielleicht okay den kann ich nicht rausziehen den kannst du rausziehen okay jetzt ist da einer runtergefallen da drauf Kiste okay und dann ist sogar eine große Kiste das heißt dort wird ein großer Slime komm dann kriegst du den hier enthaken du hättest den Typen für so einen Schleim und sowas wussten das wird mit dir gehen das wird ein Herzteil sein ja sehr schön das bedeutet eine Energie mehr cool das nur wegen mir so dann zeit mal her ich bin genau drauf ich muss nur noch mit den greifhaken runter und das haben mich die haie nicht gelassen so mal gucken was wir hier für einen tollen Rubin drinnen haben oder im Herzteil noch eins glaube ich zwar weniger ja eher Rubine die werden nicht neben dem Herzteil doch oh geil die haben neben der Insel mit dem Herzteil haben sie mit dem Herzteil cool zwei Herzteile bekomme ich eh noch jetzt habe ich sechs Herzen zwei Herzcontainer habe ich bekommen das bedeutet ich habe jetzt vier Herzteile das ist so aber sonst wird hier nichts mehr sein ne ja das war es so weit von mir aber da war noch so eine kleinere Insel irgendwo war noch ein violetter Rubin wow ich werde gerade reich ähm weg ach so ich bin ja nicht falsch aber dann war ich doch da drinnen schon mal toll dann muss ich mich wieder da drinnen machen haha ich guck trotzdem rein klingelt eine Menge hopplass diese Parfüren hoppla 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 an das erinnere ich mich doch gerade gar nicht wenn du scheiße gebaut hast ja ich weiß dass das hier runter geht ich weiß auch was ich machen muss und zwar einmal fällst du in die Lava einmal springt ich nach ach h h link da musste jetzt aber nicht sein ne äh link to the past und einmal scheiße ne nicht einmal scheiße aber egal euch wollte ich nicht töten naja egal da ist eh noch eins so anhebste den auf stellst du den nicht draufsteigen link du musst ihn da drauf stellen also legen ne link ähm boah und jetzt kommt noch so ein klinge ist ein bisschen blöd würde ich sagen jetzt da tipps du kommst das frage hier Das hat keinen Sinn sonst. Dann springe ich hier mit zwei rum. Hopp. Aua. Scheiße, ich fall genau auf den Schalter. Autsch. Cool. Ich habe den Gegner getötet und gleichzeitig hat der Gegner fast... Naja, er hat mich verletzt und nicht getötet. Oh ja. Cool. Und jetzt weg da, Link. Bevor der Gegner wieder aufsteht, rein da. Was haben wir hier? Ähm. Okay, ich kann hier rüberrennen. Das bringt mir, dass ich reinfall. Oh. Ich kann es gerade richtig gut.